Wir haben gegen einen guten Gegner, einen wirklich spielerisch starken Gegner, drei Punkte geholt, 2-0 gewonnen, vielleicht ein Tor zu hoch, meiner Meinung nach, weil sie mehr verdient hatten, vielleicht sogar einen Punkt für Fußballerisch, aber im Endeffekt nehme ich es natürlich gerne mit, klar. Die haben eigentlich das, was wir vor dem Spiel besprochen haben, auch gemacht. Wir haben die Tore nicht geschossen, wir haben ja vier, fünf hochkarätige Chancen gehabt, beim Stand von 1-0 mehrmals zum 1-1 hätten machen können, beim 2-0 zwei, dreimal 100 Prozent auf 2-1 rankommen müssen. Da uns das nicht geglückt ist, ist das Spiel leider unglücklich verloren gegangen. Also ansonsten kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, wir haben gekämpft. Ja, war natürlich aufgrund des frühen 1-0, wir wollten sowieso, wir spielen eher aus einer guten Defensive, wollen wir nach vorne spielen. Dann nach dem 1-0 war es dann auch klar, dass wir nicht mehr machen müssen. Heute haben uns auch zwei, drei wichtige Spieler gefehlt und deshalb war das einfach, das Spiel hat sich so entwickelt. Und im Endeffekt hat es uns auch recht gegeben. Die gelb-rote Karte war so ungefähr zehn Minuten vor Schluss nicht mehr entscheidend, sag ich mal, wir hätten vorher schon das Tor schießen können. War dann auch ein bisschen der Frust dabei, was Wolkan hat sich da selber geärgert wahrscheinlich und dann hat er es am Schiri ausgemacht, aber das war ja nicht so. Ich meine, wir haben leider auch die Chancen gehabt und das war nicht spielentscheidend mehr. Wir hätten vorher den Ausgleich machen können, vorher den Anschluss schaffen können und dann hätten wir das Spiel auch noch drehen können. Und das war der Frust, der ist ein bisschen rausgekommen. Leider, es soll nicht passieren, aber bis jetzt passiert ansonsten war es jetzt auch nicht schlimm. Wir haben einige Schwächen heute, wir haben aber auch einige Spieler, die nicht so fit sind. Also gerade mein Stürmer, der das 1-0 gemacht hat, Aishuna, ist meiner Meinung nach vielleicht der Beste in dieser Liga. Und wenn der einigermaßen fit ist, er hat wenig trainiert, erst war Ramadan, jetzt hat er viel Arbeit und Uni und so weiter und so fort. Aber wenn der wieder ins Rollen kommt, dann sind wir natürlich auch gerade bei Kontern brandgefährlich. Heute hat ihm ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt, sonst gehe ich davon aus, dass wir auch schon früher das zweite und vielleicht sogar das dritte Tor machen. Es geht dann am Mittwoch schon weiter gegen Pokalspiel, gegen Sportfreunde. Deswegen haben wir nicht viel Zeit über das Spiel nachzudenken. Dann müssen wir vielleicht die Köpfe ein bisschen frei kriegen in dem Spiel, vielleicht ein gutes Spiel machen, auch mal ein Tor schießen. Und dann hoffen wir, dass wir vielleicht schon am Mittwoch unseren neuen Trainer präsentieren können oder spätestens dann zum nächsten Spiel. Und darauf dann aufbauen können, dass wir da wieder ein Erfolgserlebnis haben.